Das ist neu in Season 1 von Skull & Bones und wenn du das neue Schiff sehen möchtest, dann bleib bis zum Ende. Auf hoher See kämpfen wir gegen Philipp Lapest. Hier können wir nicht nur coolen Loot abstauben, sondern wenn wir gegen die Flotte der Pestilenz kämpfen, auch noch Köpfe der Kapitäne einsammeln. Diese tauschen wir in Sand End bei Robin Blackwood gegen weißen Schädel rum oder gegen Silber. Wir bekommen auch neue Kopfgelder, sondern ab 5. März werden wir auch das neue Seemonster Samahariwo jagen und ab dem 26. März gibt es ein neues Geisterschiff. Am interessantesten ist wahrscheinlich der Schmugglerpass oder auch Battlepass genannt. Dieser ist kostenlos und wird durch eine Premium Variante noch erweitert, wo wir aber nur kosmetische Inhalte bekommen. Dieser wird gelevelt durch saisonale Herausforderungen oder Aufgaben im Spiel. Der Battlepass hat insgesamt 90 Stufen. Diese unterscheiden wir dann aber noch in drei verschiedene Pfade. Zum einen Quartiermaster, dem Gunnermaster und dem Shipmasterweg. Alle drei habt ihr die Möglichkeit gleichzeitig zu leveln und am Ende warten hier richtig coole Belohnungen auf euch. Auf Stufe 45 gibt es sogar einen neuen Schiffsbauplan, die Bark, das neue Heilungsschiff. Folgt mir für News und Tipps und Tricks zu Scan & Bounce.